Ja, mein Name ist Dimitrius Xirofotos. Ich bin Vertriebsleiter der Firma Spurno Burkhardt, verantwortlich für Asien und Südamerika und natürlich auch speziell für Indien. Wir sind Hersteller von Meisterschalter oder Joysticks, wie man im Neudeutsch sagt. Und zwar sind wir stark im Kranbereich, also Baukräne, Hafenkräne oder Baumaschinen. Also überall, wo sie etwas heben oder senken müssen oder fahren müssen, da sind wir aktiv. Also wir haben ungefähr vor anderthalb Jahren uns entschieden, ein eigenes Unternehmen in Indien zu eröffnen. Das haben wir auch, am Anfang hatten wir natürlich gewisse Schwierigkeiten, aber wir haben einen guten Partner gefunden, der uns geholfen hat, eben diese, doch diese Hürden, die es in der Bürokratie gibt, auch zu überwinden. Wir hatten zum Beispiel, hatten wir über ein Jahr gebraucht, bis wir die Firma erst gegründet hatten. Aber mit externen Partnern haben wir es dann geschafft. Und natürlich, der Markteintritt war relativ schwierig am Anfang, weil sie müssen ja in verschiedenen Unternehmen, wenn sie dann ihr Produkt neu auf den Markt bringen, müssen sie erst einen Vendor-Code bekommen. Sie müssen die Möglichkeit haben, überhaupt ihre Produkte dort zu verkaufen. Und zwar schon sehr anstrengend, aber wenn man dran bleibt, dann ist man auch letztendlich erfolgreich, sage ich mal. Man braucht einen langen Atmen, Atem in Indien. Indien muss man auch wirklich, wenn man sich entscheidet, in Indien Business zu tun, dann muss man das auch ernst nehmen und nicht so als nebenher, sondern man muss wirklich auch die Zeit nehmen. Das ist wirklich ein sehr zeitintensiver Markt. Aber man wird auch belohnt, wenn man wirklich einen langen Atem dann beweist und hat.